Guten Tag, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Breaking News. Heute sehen wir uns mal die LEGO The Lone Ranger Serie an. Und zwar heute mal mit allen Sets dieser Serie. Ich würde sagen, wir legen los. Das erste Set in dieser Serie ist direkt ein Polybag. Und zwar die 30260, das Lone Rangers Pump Car Polybag. Aus dem Jahr 2013 mit 20 Teilen und einer Minifigur gab es das Polybag damals für 4 Euro. Und ich finde es auch ein sehr, sehr gelungenes Polybag. Dadurch hat man natürlich auch die Lone Ranger Pump Car Minifigur dazu gehabt. Für einen billigeren Preis hat man nie diese Figur bekommen. Man hat ein schönes Pump Car dabei gehabt und man hatte natürlich auch eine schöne Waffe dabei gehabt. Das nächste Polybag ist die 30261, das Tonto Lagerfeuer. Der ebenfalls aus dem Jahre 2013 mit 15 Teilen und einer Minifigur. Und war damals auch ebenfalls zum Preis von 3,99 erhältlich. Und diesem Polybag hat man ein schön gemachtes Lagerfeuer mit den schönen Steinen und einem schönen Hühnchenschenkel bekommen. Zudem hat man auch noch die Tonto Minifigur bekommen. Das heißt, wenn man diese zwei Polybags besitzt hat, wie ich euch bis jetzt genannt hatte, hat man schon die zwei Hauptfiguren dieser Lone Ranger Serie. Zudem muss ich euch sagen, dass dieses Set, wenn ihr dieses Polybag noch ungeöffnet habt, dass es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich viel wert ist. Und zwar um die 18 Euro, wenn ihr es verkaufen wollt. Weiter geht's mit dem Nix-Sets und einem der besten Sets meiner Meinung nach. Und zwar ist die 79106, das Cavalier-Lager. Aus dem Jahre 2013 mit 69 Teilen und vier Minifiguren. Zu einem sensationellen Preis von 14 Euro konnte man sich das damals erwerben. Und ich muss sagen, ich finde dieses Lager einfach richtig, richtig schön gemacht. Mit den schönen, alt, oldschool Kavalerie-Soldaten. Und mit dem einen Pferd, wo dann der Lone Ranger einfach drauf reitet und dieses Kavalerie-Lager zerstören möchte. Zudem befindet sich dann auch ein schöner Schießstand da hinten. Man muss natürlich auch erwähnen, dass diese Kavalerie-Soldaten auf jeden Fall immer sehr, sehr schöne Waffen mit sich führen. Und außerdem finden sich dann da noch eine Kanone daneben, die sich natürlich auch abschießen lässt. Zudem gibt es auch noch ein kleines Lagerfeuer, auf dem man dann ein paar Schenkelbraten kann. Und diese dann zum Abendessen eventuell mal verzehren kann. Weiter geht's mit dem nächsten Set und das ist die 79107, das Indiana Camp. Aus dem Jahre 2013 mit 161 Teilen und drei Minifiguren zu einem sensationellen Preis von 30 Euro. Und ich finde das Set auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut gemacht. Vor allem auch mit diesen zwei Indianer-Figuren. Einmal ist ja Tonto dabei und einmal der Lone Ranger. Zudem ist dann noch eine weitere Indianer-Minifigur enthalten. Und ich finde das Set auch ziemlich, ziemlich gut gelungen. Vor allem das Tipi, das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Und auch diesen kleinen Waffenstand ist auch sehr, sehr schön. Außerdem findet sich dann noch eine schöne Skorpion-Falle darin, die man dann auslösen kann, wenn Leute zum Beispiel in das fremde Lager, soll ich jetzt mal so, einfach einbrechen wollen. Und zum Preis von 30 Euro auch ein Schnäppchen. Weiter geht's mit dem nächsten Set und das ist die 79108. Das ist der Überfall auf die Postkutsche. Ebenfalls aus dem Jahre 2013 mit 279 Teilen und 5 Minifiguren. Damals zum Preis von 30 Euro erhältlich und auch ein sehr, sehr wunderschönes Set. Wie eigentlich alle Sets aus der Lone Ranger Serie. Wir brauchen die Serie unbedingt zurück. Sie hat sehr, sehr tolle Sets mitgebracht. Ich finde diese Kutsche auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut gemacht. Eine Lego-Kutsche gibt's auch nicht alle Tage. Und sie ist sehr, sehr schön überarbeitet. Sehr, sehr schöne Minifiguren sind natürlich auch dabei. Zwei schöne Räuber, die diese Kutsche sehr, sehr schön überfallen wollen. Und einmal wieder der Lone Ranger. Und einmal die Indiana Minifigur dabei. Zudem sind auch noch drei wundervolle Pferde enthalten, die man dann auch noch nutzen kann. Außerdem befindet sich oben auf dieser Kutsche noch ein schöner Tresor, wo man dann auch schön sein Geld verstauen kann, damit es dann nicht z.B. wie hier von Grabräubern z.B. ausgeraubt wird. Zudem fühle ich auch die Kutsche eigentlich sehr, sehr gut gelungen. Eventuell werde ich mich dir auch mal rebuilden. Das heißt, ich werde sie mir aus den Teilen dieser Kutsche, werde ich sie mir einfach mal wieder zusammenbauen. Ich werde die mir einzeln an bestellen. Wenn ihr das auf jeden Fall möchtet, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Dann mache ich das mal in Zukunft. Aber weiter geht es mit dem nächsten Set. Und das ist die 79109, die Corby City Showdown. Aus dem Jahr 2013 mit 587 Teilen und 5 Minifiguren zu einem Preis von 60 Euro. Und ich finde dieses Set ist natürlich auch mal wieder wunderbar gelungen. Mit wieder Tonto dabei und dem Lone Ranger. Außerdem noch 3 Minifiguren, wobei einer davon ein Sheriff ist und sich 2 Banditen noch dazu befinden. Man kann natürlich auch einen schönen Bankraub hier nachspielen mit den schönen Banditen und dem Geldraub. Natürlich kann man dann auch mit Tonto und dem schönen Lone Ranger dazwischen funken. Auf dem Dach des Sheriff befindet sich dann auch noch eine schöne Kanone, die man dann natürlich auch abfeuern kann und z.B. jetzt hier den Gangster stellen kann. Weiter geht es mit dem nächsten Set. Und das ist die 79110, die Silbermine aus dem Jahre 2013 mit 644 Teilen und 5 Minifiguren. Zu einem Preis von 80 Euro war das Set auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut damals. Für 80 Euro hast du hier fantastische Minifiguren mit dazu bekommen. Man hat wieder einen neuen Indianer dazugekommen. Natürlich auch wieder Lone Ranger und ja, wieder 2 wunderschön überarbeitete Banditen, die man hier dabei hat. Und natürlich auch die Tonto Minifigur. Wie soll es denn anders sein? Die Tonto und Lone Ranger Minifigur sind bei jedem Set enthalten. Und natürlich ist die Mine auch sehr, sehr schön gemacht. Mit dieser kleinen Lore, die da reinfährt. Oder z.B. da oben diese Art Flaschenzug. Da befindet sich hinten ganz links in der Ecke noch ein schöner Wasserfall, den man dann durchgehen kann. Wo man am Ende dann noch ein paar Goldklumpen findet. Und oben befindet sich dann auch noch eine schöne Hütte, wo man dann mal sich ein bisschen ausruhen kann. Außerdem fügt das Set noch über einen Steinfall. Das heißt, Steine können von oben hinunter fallen. Auch ein sehr gelungenes Set für 80 Euro ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr preiswertes Set meiner Meinung nach. So, kommen wir dann auch schon zum letzten Set der Lone Ranger Serie. Und zwar zur 79 110. Der Überfall auf den Regierungszug aus dem Jahr 2013 mit 699 Teilen und 7 Minifiguren. Und das Ganze damals für 100 Euro erschienen. Wenn man bedenkt, dass das Set davor, was ich euch davor gezeigt hatte, nur etwa 644 Teile hat und nur 80 Euro, 70 Euro kostet hat, ist das Set natürlich ein bisschen überteuert, für diese 55 Teile nochmal 20 Euro dazu zu verlangen. Ja, man muss sich ja selber entscheiden, ob man das macht. Äh, ja. Ähm, ich finde den Zug auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut gelungen. Schönes Geschütz. Da befindet sich dann auch am dritten Waggon. Und natürlich auch sehr, sehr schön überarbeitete Minifiguren. Wieder mit Tonto und Lone Ranger. Dann befindet sich dann auch noch ein Regierungsmitglied. Von der Kavallerie auf dem Zug und verteidigt den so ein bisschen. Und hinten befindet sich dann auch noch ein schönes Baronpaar, was sich in dem Zug befindet. Außerdem ist bei dem Set noch ein schön gemachter Wasserturm enthalten. Und natürlich auch ein paar gerade und runde Schienen. Ja, und das war's dann auch schon mit dem heutigen Video hier auf meinem Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal, um in Zukunft keine Lego-Videos und News mehr zu verpassen. Bis dahin, eure Break News. Ciao. 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 Ciao.